Sei einzig nicht artig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Mein Name ist Silke Alpert und ich sende dir ein ganz, ganz liebevolles Dankeschön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, mir zuzuhören, dich von mir inspirieren zu lassen, einen wundervollen Success-Code zu erleben. Und ja, heute wird es eine sehr, sehr persönliche Folge und die nehme ich dir jetzt noch in dieser Energie von Mallorca auf. Es ist tatsächlich Sonntag und ich sitze hier in meinem Hotelzimmer in Mallorca kurz vor der Abreise. Der Koffer ist fast fertig gepackt und ich wollte dir gerade heute diese Folge aufnehmen, die ganz viele persönliche Inhalte hat, die einen Success-Code für dich bereithält, die dich einlädt, deine Einzigartigkeit noch mehr zu erkennen, wahrzunehmen. Und ich habe ihn genannt, auf der Suche nach der Anleitung. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich auf deine magischen Erkenntnisse. Auf der Suche nach der Anleitung. Naja, ich würde sagen, ich war nicht auf der Suche nach der Anleitung, doch ich habe 2024 zu meinem Jahr gemacht. Zu meinem Jahr, was ich mir persönlich schenken wollte. Diese Zeit, sich für sich zu nehmen. Wir alle haben ja ein Business, vielleicht bist du angestellt, vielleicht bist du selbstständig gerade im Businessaufbau. Und wie häufig sind wir für andere da, machen und ständig und Weiterentwicklung und hier noch ein neues Thema, dort noch ein Workshop, hier noch eine Ausbildung. Und wie viel Zeit nehmen wir uns da wirklich für uns? Vielleicht bist du auch Mama und gar nicht in einem Job. Dann hast du wahrscheinlich den anstrengendsten Job, den man sich vorstellen kann. Und ich möchte dich mit dieser Folge inspirieren. Ich habe 2024 zu meinem Jahr gemacht, wo ich sage, jetzt geht es um mich. Jetzt geht es um mich. Und habe mich angefangen mit der Frage zu beschäftigen, was will ich wirklich? Und wie will ich es haben? Und das ist natürlich gepaart auch mit der Frage, wer bin ich denn jetzt eigentlich in meiner Definition, in meinem Business. Ja, ich habe ein erfolgreiches Coaching-Business aufgebaut und habe ein Team. Und immer dann, wenn es so richtig, richtig gut läuft und ich ein paar Routinen aufkommen, dann habe ich immer Lust, was Neues zu machen. Das ist zum einen geprägt von auch meinem Human-Design-Typ und auch von meiner Business-Kraft hier und meiner persönlichen Kraft hier und all den Energien, die einem so zur Verfügung stehen. Und vielleicht geht es dir halt auch genauso. Zumindest möchte ich dich mit dieser Folge absolut inspirieren, absolut inspirieren, dass du dich immer wieder definierst, dass du immer wieder überprüfst, hey, ist das genau der Weg, den ich jetzt gerade gehen möchte? Nicht den du dir mal vorgestellt hast, denn die Vorstellung von vor einem Jahr von deinem Weg war total anders als die, die es heute ist. Der Weg heute ist ein ganz anderer, kann ein ganz anderer sein, kann aber auch gleich sein, ist bei den wenigsten allerdings der Fall. Denn ich wünsche dir und ich hoffe, dass du dich in einem Jahr einfach weiterentwickelt hast, dass du Erfahrungen gemacht hast, dass du neue Urlaube machst. Und das muss gar nichts mit dem Business zu tun haben. Wir haben gerade wirklich tolle Freunde, gute Freunde, die sind das erste Mal auf den Malediven. Und ich beneide sie, weil ich war noch nie dort. Und die machen dort Honeymoon und sie sind so, sie haben sich selber dadurch so sehr und so reich beschenkt, dass ich mich so mit ihnen freue und an sie ganz arg denken werde, wenn wir denn mal auf den Malediven sind. Und alles ist eine Entscheidung. Doch entscheide dich dafür, immer wieder zu schauen, ist das jetzt mein Weg? Fühlt sich der gut an? Möchte ich mal was anderes ausprobieren? Mache ich es jetzt mal ganz anders? Und lass dich dort von Menschen inspirieren, die dich nicht in deinem Umfeld von dem abhalten wollen. Gerade vorhin habe ich mit jemandem gesprochen, die sagte, es fühlt sich so gut an, weil ich aus einer Gruppe von vermeintlich Freundinnen ausgetreten bin, die, ja, wo ich über fünf Ecken mitbekommen habe, dass sie hinter meinem Rücken lästern. Und ich lade dich ein, in diesem Podcast, wenn du wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung gerade unterwegs bist, sonst würdest du wahrscheinlich dieses Format nicht hören, weil du deine Einzigartigkeit herausarbeiten möchtest, hör auf zu lästern. Hör auf, über Menschen hinter ihrem Rücken zu reden. Denn nichts ist gefährlicher und toxischer als das, wenn diese karmische Keule schwingt irgendwann zurück. Und ich will mich da nicht ausnehmen. Ich habe das früher auch gemacht, ja. Und egal, ob es um Freunde ging oder Freundinnen oder bekannte Arbeitskollegen, völlig egal. Ich glaube, wer sagt, dass er noch nie über jemanden geredet hat, der nicht gerade dabei ist, der lügt. Denn ich glaube, das haben wir alle schon mal gemacht. Und vielleicht ertappen wir uns auch dabei, dass wir das heute immer noch mal machen. Doch die Zeit ist deutlich weniger geworden, weil man verstanden hat, dass das echt sich so nicht gehört. Und das ist das, was ich meinen Kindern ganz arg mit auf den Weg gebe und wir unseren Kindern ganz arg mit auf den Weg geben, sich, wenn man ein Thema mit jemandem hat, auch diese Konfrontation stellt. Und auch das habe ich heute gerade mit einer Person gemacht, die mir extremst nahe steht, wirklich extremst nahe steht. Und es gab eine Situation gestern, die mich beschäftigt hat, die mich wirklich beschäftigt hat und die mich so sehr hat wachsen lassen, dass ich ihr das allerdings auch heute gesagt habe. Und es braucht da manchmal nur zwei, drei Sätze. Das Suche nach der Anleitung. Ich bin hier gerade auf Mallorca. Ich sitze in meinem Hotelzimmer. Es ist jetzt zehn nach fünf, nachmittags. Ich gucke in einen wunderschönen Pinienwald und gucke aufs Meer und warf vorhin schon am Meer. By the way, ich war Anfang März schon mal mit meinem Mann auf Mallorca. Wir hatten, ich glaube, das bescheidenste Wochenende, was wettertechnisch Mallorca so hergibt im März, an dem wir hier waren. Und als ich am Mittwoch auf die Insel gekommen bin, war das hier auch nicht anders. Donnerstag war auch nicht viel besser. Es war, glaube ich, auch mit Abstand der bescheidenste Tag. Und zum Wochenende, wo ich jetzt hier bei dem Event war von Dorothee Fusening, Rock Your Stage, ein Event, was mich gerufen hat. Da kam die Sonne raus, doch es ist verdammt windig, sonst hätte ich dir das auch gerne auf meiner Terrasse aufgenommen hier. Doch das wäre nicht so schön gewesen. Warum bin ich jetzt schon wieder auf Mallorca? Ich war im Februar in Sri Lanka, war sechs Tage zu Hause, dann war ich mit meinem Mann auf Mallorca. Keine vier Wochen, sechs Wochen später bin ich jetzt wieder auf Mallorca, weil ich 2024 zu meinem Jahr gemacht habe. Ich gucke gerade, was mir gut tut. Ich gucke, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und ich spüre, ich spüre und ich will gerade extrem wachsen. Und ich merke, dass ich dafür andere Dinge anders machen darf wie vorher. Ja, und vielleicht berührt dich das jetzt gerade, weil du auch dich verändern möchtest, auch über dich hinaus wachsen möchtest und dass du auch weißt, hey, ich muss da was anderes machen. Und ich bin damals nach Sri Lanka gefahren, weil ich wollte antworten. Ich wollte antworten, wie das denn gehen kann und was im Business Neues auf mich ruft, und wie die Veränderung aussieht, wie neue Programme aussehen können. Auf was habe ich denn wirklich Lust? Und es kam keine Antwort. Und ich dachte, okay, interessant. Und ich war sechs Tage später mit meinem Mann auf Mallorca und dachte, hey, okay, wir treffen uns mit Dorothee und Steffen und lassen uns begleiten. Und hey, die Antworten werden kommen, die Ideen werden kommen. Und es kam wieder nichts. Und dann hat Dorothee dieses Event Rock Your Stage davon erzählt, von dieser Idee erzählt. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, Dorothee, ich komme. Ich komme zu dir nach Mallorca. Es ist ein Event nur für Frauen gewesen. Und es war so, so wundervoll. Denn diese Zeit, die ich mir jetzt wieder geschenkt habe, hier alleine. Gut, ich bin mit meiner Assistentin, der lieben Michaela hier. Und auch die wundervolle Claudia, meine Seelenfreundin, ist auch hier gewesen. Doch es waren auch andere Frauen hier. Und heute Morgen habe ich noch in unserer Runde gesagt, es ist so wunderschön, dass, wenn die richtigen Menschen aufeinander treffen, dass es auch für so ein Format wie ein Workshop von Freitag, Samstag, Sonntag keinerlei Anleitungen braucht. Denn wir hatten zwar einen groben Ablauf, aber es war gar nicht klar, was wir machen. Und ich wünsche dir so sehr, dass du nicht mehr auf der Suche bist nach einer Anleitung. Da draußen erzählen dir so viele Menschen, dass du das so und so machen sollst. Dann wirst du erfolgreich und das und das und komm hin und erlebe diese Strategie und lerne das von mir. Das ist zwar schön und natürlich gucke ich mir auch sehr gerne Strategien an. Doch wirklich wichtig, bevor du dich damit auseinandersetzt, ist, wer bist du und wer willst du sein und wenn ja, wie viele? Was willst du wirklich und wie willst du es haben? Und in dem Moment, wo du dir diese Fragen noch nicht beantworten kannst, was willst du denn da mit einer Strategie? Die ist schön und gut für einen Online-Marketer. Der kann dir dann alles Mögliche verkaufen und auch für einen Coach. Und es ist so witzig, weil wir treffen immer wieder auf Menschen, auch in so einem Kreis, wo man genau weiß, hey, der steht dort, der steht dort, der steht dort, der braucht dies, der braucht jenes und ach, da könnten wir ja schon das machen. Ich habe an diesem Wochenende jetzt hier die Einladung bekommen, auf den roten Teppich zu gehen mit jemandem, weil sie genau weiß, dass wenn ihre Geschichte verfilmt wird, sie dafür einen Oscar bekommen wird. Und sie hat mich eingeladen, weil ich das in ihr gesehen habe. Ich habe sie keine zwei Minuten angeguckt und ich wusste, das ist der nächste Hollywood-Star. Und als ich ihr das gesagt habe, und jetzt kriege ich echt eine Gänsehaut, da hat sie gesagt, das hat schon mal jemand zu mir gesagt, aber die finde ich seit drei Jahren nicht mehr. Und jetzt nehme ich dich mit auf den Teppich. Und das ist so schön, weil andere Menschen, Menschen, die wirklich wahrhaftig sind und die vor allen Dingen, möchtest du vorankommst, die werden dir im richtigen Augenblick immer das Richtige sagen. Und sie werden im richtigen Augenblick auch ihren Mund halten. Und auch das ist das, was ich dieses Wochenende wieder erleben durfte, dass es vollkommen ausreichend ist, mit solchen Personen an einem Tisch zu sitzen. Es sind Blicke. Es sind die Energien der anderen Personen, die sehr intim sind, weil sie dich vielleicht in den Arm nehmen, weil sie deinen Arm berühren, weil sie dir die Energie des Lächelns schenken oder einen tiefen Blick. Und vielleicht bekommst du eine vage Vorstellung von dem, was ich jetzt hier gemacht habe an diesem Wochenende. Und am Samstagnachmittag gestern hatten wir Shooting-Termine und es sind zwei Fotografinnen eingeflogen worden aus Wien. Und jeder einzelne von uns hatte einen Timeslot von 20 Minuten. Ich glaube, in diesen 20 Minuten sind so viele schöne Bilder entstanden, dass die beiden dann zu Dorothee gesagt haben, wir können gar nicht fünf oder acht Bilder als Portee-Bilder raussuchen. Die sind alle toll. Was hast du uns hier für Frauen vor die Linse gestellt? Und genau darum geht es. Dass wenn du anfängst, deine Wahrhaftigkeit zu leben, deine Einzigartigkeit zu leben und wir hatten eine Person dabei, die sagt, ich hasse Bilder. Ich mag keine Bilder von mir. Ich möchte das nicht so gerne. Die hatte heute noch ein Fotoshooting über eine Stunde mit den beiden. Und ich habe sie beobachtet, weil sie teilweise in der Lobby und hier im Hotel auch Fotos gemacht haben. Und ich dachte, was für eine grande Dame. Und wenn du die richtigen Personen hinter der Fotokamera dann hast, dann wissen sie auch, wie sie dich in Szene setzen. Und dann geht auch innerhalb von 20 Minuten ganz schnell so ein Fotoshooting. Wir haben auch ein professionelles Model hier dabei gehabt. Und die hat gesagt, ich habe noch nie Fotografen erlebt, die so konkrete Anweisungen sind, dass ich mich so wohl gefühlt habe, dass innerhalb kürzester Zeit so viele schöne Fotos entstanden sind von einer Seite, die ich selten oder vielleicht noch gar nicht von mir gesehen habe. Und dann hat sie geweint. Es braucht keine Anleitung. Es braucht einen Raum. Es braucht einen Raum, der dir geschenkt wird, damit du es erkennst. Es braucht Menschen um dich herum, die dir den Raum halten, damit du wachsen kannst, damit du in deine Einzigartigkeit hineinkommst. Ich habe mich in diesen Raum begeben. Und ich werde diesen Raum aufmachen für dich. Und vielleicht fühlst du dich berufen, zu mir zu kommen, zu Dorothee zu kommen, zu Claudia zu kommen. Whatever you want. Nur achte Weise auf deine Wahl und tue es bitte nur mit Menschen. Und Dorothee und Claudia, genauso wie mich, kann ich dir von Herzen empfehlen, weil das sind Personen, die würden nicht mit dir arbeiten, wenn sie nicht genau wissen, dass sie die Richtige für dich sind. Und mit solchen Menschen zu arbeiten, zu kreieren, sich in solche Hände zu begeben, liebe ich. Liebe ich, denn falsche Menschen da draußen gibt es schon genug. Die denken dann in ihren Geldbeutel und möchten noch irgendwie ein paar Leute im Programm haben und, 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 und. Ich habe schon von jeher keinen einzigen Menschen. Doch, ich will nicht lügen. Einmal, zweimal habe ich es gemacht. Zweimal habe ich ego-getrieben gehandelt und habe das Geld gesehen. Und es war die größte Katastrophe, die ich mir im Coaching antun konnte. Bei einer Person hatte ich ein schlechtes Gefühl und sie ist nach drei Terminen aus dem Coaching ausgestiegen. Und diese drei Erlebnisse haben dazu geführt, dass ich das heute nicht mehr mache. Wenn ich im Gespräch merke, dass ich im Moment nicht die Richtige bin, warum auch immer, dass ich keine Bilder habe, wohin ich dich entwickeln kann, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wenn ich dir den Raum halte, dass es der Raum ist, in den du treten solltest, werde ich dir das sagen. Weil ich nicht mehr anders arbeiten werde. Wenn wir sprechen und du in einem von meinen Programmen möchtest, die ich live betreue, auch da habe ich nur Menschen hineingelassen, die, wo ich es gesehen habe, wo ich es gefühlt habe, wo ich weiß, dass wenn sie das alles in aller Konsequenz umsetzen würden, dass sie erfolgreich werden, sind sie es alle geworden? Nein. Warum nicht? Weil andere Anleitungen und Umstände und Ablenkungen der Alltag und was auch immer dazwischen gekommen ist. Und das ist das, was ich zu jedem Einzelnen gesagt habe. Ich sehe es. Wenn du es umsetzt, funktioniert es genau so. Ich werde nur nicht dein Leben für dich leben. Den Weg gehen musst du schon selbst. Und setze game. Begib dich also zu Menschen, die dir einen Raum halten, in dem du wahrhaftig gesehen wirst, um selber zu erkennen. Um selber zu erkennen und selber zu spüren. Und dann wird es genau so groß, wie du es werden lassen möchtest. Und den Success-Code, den ich dir dafür für heute, für diese doch emotionale und auch wirklich erkenntnisreiche Folge von mir für dich, für deine Inspiration dir schenken möchte, die hat zwei Abstände. Und ich werde dir jetzt beim ersten Mal nicht sagen, wofür diese Zahlenreihe steht. Und vielleicht magst du dir in diesen Pausen, wo ich wieder nur atme, sagen werde, vorstellen, wie du dich selbst erkennst. Vielleicht siehst du dich in diesem Augenblick in einer Version, wie als wenn du in deinen Spiegel schaust. und du siehst dich vielleicht genau in dieser Vision, Version, wie du dich noch nie gesehen hast, wie du dich hinentwickeln möchtest. Vielleicht siehst du dich auch als kleines Ich, als zukünftiges Ich, whatever. Vielleicht siehst du dich auch das allererste Mal genau in diesem Moment als du. vielleicht passiert aber auch gar nichts. Alles ist richtig. Alles kann sein, nichts muss sein. Und schon gar nichts muss es was Besonderes sein. Und du kannst für dich wahrnehmen, die fünf, vier, acht, atme, neun, eins, sieben, atme, 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 eins, acht. Nimm wahr, die fünf, vier, acht, atme, neun, eins, sieben, atme, acht, eins, und nimm wahr, wie sich dein Bewusstsein ausdehnt, wie du dir deiner bewusst wirst, wie dein Bewusstsein aktiviert wird mit der fünf, vier, acht, atme, neun, eins, sieben, atme, acht, eins, acht, wow. Ich möchte, dass du dir deiner selbst bewusst wirst. Ich möchte, und dafür brenne ich, dass du deine Einzigartigkeit erkennst. Ich möchte, dass du erkennst, wofür du wirklich brennst. Ich möchte, dass du immer wieder überprüfst, ob der Weg, den du gerade gehst, der richtige ist, ob er sich stimmig anfühlt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du jeden Tag zu dem schönsten Tag deines Lebens machst. Und wenn du dich in deiner Arbeitssituation, in deiner privaten Situation, wenn du dich in deiner gesundheitlichen Situation nicht wirklich wohlfühlst, dann buch dir einen Termin und wir sprechen und wir gucken, was wir machen können. Vollkommen unverbindlich. Ich schenke dir meine Zeit. Ich schenke dir meine Impulse ganz individuell. und manchmal braucht es nicht viel. Doch es braucht in jedem Fall den ersten Schritt, den du jetzt tun solltest, wenn es dich ruft. Ich wünsche dir vom ganzen ganzen Herzen eine wundervolle Zeit. Ich sende dir die wärmsten, windigsten Grüße hier aus Mallorca und ich fühle dich, ich ich sehe dich. In diesem Moment überlege ich, warum ich das gerade gesagt habe. doch es ist so, es ist so, dass ich genau dich und wer auch immer das jetzt hört, du weißt, ich meine dich. Ich weiß auch noch nicht, wie du aussiehst, aber du bist da. Und genau für dich sind diese Worte. Aktiviere dein Bewusstsein und werde dir bewusst, wer du bist, wohin du jetzt gerade deines Weges gehen möchtest und das Einzige, was du dafür wissen solltest, ist, wie sieht mein nächster Schritt aus? Denn alle Schritte brauchst du noch nicht zu kennen. Du brauchst nicht weiter nach einer Anleitung zu suchen. Aho! Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du mir schreibst, wie es dir mit dieser Folge gegangen ist. Gerne in der Facebook-Gruppe whatever you want, du findest mich. Ich bin für dich da und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ganz liebe Grüße, deine Silke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017